Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer anderen Folge von Let's Play Sniper Elite 4 Wir sind immer noch, oh, wo geht's hier hin? Äh, immer noch dabei diese Mission zu machen Uns fehlt noch der Zug dort oben Ich markier ihn mir mal eben Da hinten ist er, ich schätze mal wir müssen hier durch die Höhle gehen Ist wahrscheinlich eine recht nice Abkürzung Und, ja Ja Na gut, wenn ich hier lang gehe Boah, kein Plan Ob das besser ist oder nicht Müssen wir mal gucken Ich würde sagen, wir struggeln uns hier einfach lang Also schleichen hier einfach ein bisschen lang Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Was? Von wem denn? Was? Ich wurde nicht gesichert Reden ist echt... Ach, da oben der Ah Da ist er Ach, shit Moment Ah, ich bin sehr, sehr low Sehr, sehr low Ja, wo ist er hin? Ja Was ist das? Leute Okay, Konzentration Erstmal wegrennen Habe ich, ich hab noch Verbände, alles klar Erstmal wieder ein bisschen safe spielen, dass wir hier wieder Äh Ja, nicht mehr entdeckt sind Halt Ich glaube, sonst kriege ich das nicht so safe hin Müssen halt aufpassen, dass die nicht hier runterkommen Und uns hier nicht sehen Ist leider keine Muni oder so Schade Ich stelle mich mal ein bisschen lauter Kleinen Ticken Ich hoffe, das ist ein bisschen besser jetzt Ich darf jetzt halt nur nicht schreien, ne? Aber ich schrei ja nie Ach Ha So, wir haben noch die schallgelämpfte Beste Die wir ja gut nutzen können Unten ist einer, okay Ah, okay Aber der Eigentlich könnte der uns komplett egal sein, ne? Würde ich jetzt mal meinen Wir gehen einfach mal hier rum Und Oh, was ist da denn? Wo komme ich denn hier hin? Ich würde gerne jetzt erstmal den Sniper Ausschalten Wenn ich halt wüsste, wo der ist Habe ich ihn auf der Karte markiert, zufälligerweise? Ne, ne? Ne, leider nicht Oh Mann, das ist ein bisschen doof Okay, gehen wir mal eben durch die Höhle hier Und gucken, wo wir hier rauskommen werden Jetzt am besten hier links lang Hier durch Wie, ich komme da nicht durch Warum komme ich da nicht durch? Oh, hier komme ich ganz Nee, 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 nee Da will ich nicht hin Ich muss halt diesen Sniper entdecken, irgendwie Okay, okay, okay Da Höher Tiefer Ich habe keinen Plan Mann Das ist nicht nett Ich treffe ihn aber auch nicht, Alter Ich treffe ihn auch nicht Oh Mann, ist das doof Was haben wir hier? Gehst du dich suchen? Oh, okay Shotgun Muni, das ist sehr nice Schätze, ich habe alles eingesammelt Die Muni können wir gut gebrauchen Achso, ich konnte wahrscheinlich auch glättern, genau Ist das hier noch so? Okay Oh, neues Medi-Pack Nee, Gewehr-Munition, okay, schade Okay, hier ist einer Den könnte ich jetzt natürlich gleich ausschalten War ich nicht Okay, nein, das will ich nicht übertönen Okay Ich habe den Sniper wieder gesehen Oh Hä? Mann What? Alles klar Okay Gut, ähm, der hat, wie es aussieht, ein paar Bomber gerufen Sag ich mal Mal kurz Shotgun nachladen Wo ist er? Da hinten ist er immer noch Danke Oh, durch sein Visier Ins Auge, Alter Oh, einfach nur Oh, schön Einfach nur schön So, sie wissen nicht, dass ich hier bin Sie wissen, dass ich in der Nähe bin Nein, ich bin doch gerade weg Ähm Äh, ich meine Oh Mann, das ist jetzt aber doof, glaube ich Nein, oh Mann, das ist echt doof Aber sie haben meine Deckung Bekommen Oder wissen, dass ich hier bin Das müssen wir jetzt nicht Ah Mann Ah, dass ich die nicht bekommen habe Das ist jetzt ärgerlich Upsi Okay Da weiß ich ja jetzt mittlerweile Bescheid, ne Dass das sehr gefährlich für mich sein kann Ist er hier lang? Ne, er steht da noch Hatshot, Bitch Okay, da kommt einer Wo ist er? Da ist er, okay Easy Gesnippt, Alter Mit der Piste Da ist noch einer, okay Shit Shit Ich will halt nicht die ganze Leertaste benutzen Weil das ist irgendwie ein bisschen doof Hinter dem Häuschen Hinter dem Häuschen Oh, 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 lol Da ist der Panzer Und noch ein Boy Shit Shit Okay, Moment An den Panzer werde ich wahrscheinlich An den Panzer werde ich doch was anbringen können oder nicht Ja, wie mache ich das denn am besten? Eigentlich rüber rennen, oder? Muss nur aufpassen Okay, ihr kommt nicht in der hoch Hier kommen nicht zwei hoch Shit Ich am besten irgendwie erledigen muss Shit Wieso kann er mich treffen, aber ich eh nicht? Oh Ich hab nichts gesagt Ich kann ihn treffen Deswegen ist der Panzer weiß halt immer noch, wo ich bin Ha Okay Er kann mich nur sehen Wenn er sein Geschützturm zu mir gedreht hat, wie es aussieht Das ist schon mal ganz gut zu wissen eigentlich So kann ich jetzt erstmal hier an dem vorbei Hier erstmal rein Um hier ein bisschen was zu schmecken Zu schmecken Vielleicht gibt's ja noch irgendwas, was ich halt Nutzen kann Winchester Gewehrmunition ganz viel bekommen gerade Okay Okay Hier vorne auf der Brücke ist auch noch irgendwo einer Aber wo? Ich muss sie doch irgendwo was anbringen können, oder nicht? Ach, scheiße Da kommt gleich einer Zwei kommen da jetzt Ich bin ein wenig am Arsch, Leute Ich hab nichts Ich hab grad nichts Da ist einer So muss er nur seinen Kopf rausstrecken Ah, schön Ah, schön Was? Die da unten, oh Lul Leute Ich bin ein wenig im Arsch Okay Okay, den hätte ich Ach, scheiße Ach, scheiße Nein Nein Nein, ich glaub nicht Okay Okay Wo ist der Typ in? Der steht irgendwo da. Ich sehe ihn nur nicht. Da ist er gelaufen gerade. Habe ihn gesehen. Da ist er. Okay. Da läuft er. Ah, scheiße. Gegen Stein. Oh, da kommt ihr vor. Okay. Und nochmal rüberspritten. Ach, Gottchen. Das ist schwerer als erwartet. Ich stelle mich wahrscheinlich auch einfach nur richtig dumm an. Also safe stelle ich mich halt einfach nur todesdumm an. Allerdings... Ja, was allerdings. Ich weiß es nicht. So, ich muss mich jetzt erstmal hier safe bedeckter halten ein wenig. Dass ich hier nicht weiter von den Leuten gesehen werde. Ich habe halt kein Yield-Zeug mehr, Alter. Mann. Ich habe den D. Granat. Ne. Okay. Okay, der Feind sucht, aber er weiß nicht mehr, dass ich hier bin. Also, doch, wahrscheinlich schon, aber... Ich bin safer als vorher. Ist das eine Notiz oder so? Nee. Hier auch nicht? Nee, auch nicht. Ah, ist noch ein TNT-Ding. Der Panzer schaut nicht in meine Richtung. Alles klar. Kann ich hier nicht irgendwie... Ah, doch. Nee. Achso, da Sprengladung platzieren. Okay. Hat mich der Panzer gerade gesehen? Erstmal alles zum Explodieren bringen. Habe ich jetzt? Nein, ich habe immer noch keine Kommentare. Mann, oh! Okay, kommen hier gleich welche? Lalalalalala. Lalalalalala. Wenn der Handy herbeher langkommt, dann... ist der tot. Ich muss halt auf den Panzer nochmal aufpassen. Danach kann ich erst hier lang sprinten, sag ich mal. Um auf die andere Seite zu kommen. Ich muss halt warten, bis meine Deckung wieder weg ist. Okay. Ja, beziehungsweise... Bis ich nicht mehr rot bin. Mal kurz gucken, ob der Panzer guckt. Er guckt gerade nicht. Okay. Die beiden sind unter mir, wie es aussieht. Ah. Okay, das ist gut zu wissen. Oh, ich habe ein paar Band. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, ich muss sogar da unten hin. Oh. Oh, da ist wer. Ich habe mich aber nicht gesehen. Okay. Alles safe. Momentan ist alles safe. Oh. What? What? Nichts, 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 nichts. Das war, ähm, ja. Ganz leise. Ich springe da runter und in dem Moment kleidet er die Leiter hoch, Alter. Das ist halt... Ey, wie Glück kann man denn haben? Das ist doch nicht normal. Bitte was? Oh, was ist da? Ach, hier soll ich die... Ah. Oh. Zeit zu verschwinden. Okay. Dann müssen wir wieder abhauen. Kommt, Moment. Komme ich hier irgendwo auch hoch? Ich glaube nicht, oder? Komme ich da hoch? Ne, auf der Seite auch nicht. Oh, ich muss den Weg wieder gehen. Oh, Mann. Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen weggehen. Oh, der sieht mich fast. Digga, was machst du? Oh. Okay, der Panzer guckt gerade zu mir. Der guckt nicht mehr. Ich weiß halt nicht, wann genau der mich sehen könnte und wann nicht. Aber das ist gerade so mein Problem. Komm, dreh dich nochmal nach hinten, bitte. Danke. Und jetzt springt ich weg. Ich bin hier gar nicht. Lalalalalala. Lalalalalala. Lalalala. Oh. Ich habe es überlebt. Das ist ein lucky, lucky Moment. Oh. Okay, einfach weg. Einfach weg. Mehr will ich nicht machen. Da kann ich wahrscheinlich nicht lang. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen? Aber ich kann... Äh, aber ich sollte lieber auf Abstand gehen, wenn ich sie auslöse. Wie kann ich denn die jetzt ab... Warte, muss ich da raufschießen? Muss ich da jetzt raufschießen? Oh, bitte nicht. Wahrscheinlich muss ich da raufschießen, oder? Mein Herzfrequenz ist zu hoch. Okay. Nee, das ist kein Ziel. Okay, ich muss mal gegenüber der Brücke irgendwie hin. Oder so. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Mann. Der Bad geht so lange, Leute. Es tut mir leid. Ich will eigentlich... den nicht unbedingt so lange machen. Aber... Das hat mich ge... Weißt du... Aus einem Meter. Ein Meter. Alles klar, Leute. Das war das Zeichen. Ich sollte diesen Part beenden. Weißt du? Aus... Aus... Nee. Nee. Kannst du mir nicht erzählen. Gut, Leute. Wir beenden hier hinter dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Episode werden wir definitiv... das Ding da irgendwie in die Luft springen. Ich weiß noch nicht wie. Aber irgendwie werden wir es schaffen. Ähm... Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein. Na. 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 Vielen Dank.